Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive heute. Wir tauchen heute ein in die Welt der Mode. Aber nicht in die Modewelt, wie wir sie kennen, sondern in die Zukunft der Mode. Künstliche Intelligenz, KI, die verändert ja so ziemlich alles um uns herum. Stimmt. Und die Mode, die macht dann natürlich keine Ausnahme. Absolut. Wir haben uns heute einen Text vorgenommen, der heißt Eingefügter Text. Und der listet zehn Anwendungsfälle von KI in der Texte-Industrie auf. Ach, stimmt. Und zum Glück habe ich jemanden an meiner Seite, der sich da richtig gut auskennt. Unser Experte für Technologie und Nachhaltigkeit. Hallo. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Danke für die Einladung. Okay. Los geht's. Gleich der erste Punkt im Text. Designoptimierung und Trendvorhersage. Ah ja. KI kann also Trends erkennen, bevor sie überhaupt sichtbar werden. Genau. Also stell dir vor, du könntest in die Köpfe von Millionen von Menschen schauen und sehen, was die als nächstes tragen wollen. Okay. So in etwa arbeitet die KI. Sie analysiert Unmengen an Daten, Social Media Posts, Fashion Shows, Verkaufszahlen, alles und erkennt dann Muster, die uns Menschen vielleicht gar nicht auffallen würden. Und dann kann man sozusagen vorhersagen. Ja. Was in Zukunft angesagt ist. Genau. Farben, Schnitte, Materialien. Krass. Ein Fashion-Wahrsager. Ja, das hat sie gesagt. Aber verändert das dann nicht die Arbeit der Designer? Werden die dann überflüssig? Nein. Nein. Ganz im Gegenteil. Die KI ist eher ein Werkzeug, das die Designer unterstützt, Inspiration liefert und hilft frühzeitig auf Trends zu reagieren. Okay. Aber den kreativen Prozess, die einzigartigen Ideen dahinter, das kann die KI noch nicht ersetzen. Du, das beruhigt mich. Ich will ja nicht, dass mein Kleiderschrank bald nur noch von Algorithmen bestimmt wird. Mhm. Aber KI kann ja nicht nur Trends vorhersagen. Im Text steht auch was von nachhaltigeren Materialien. Nachhaltigkeit ist ja sowieso ein riesiges Thema in der Modeindustrie. Absolut. Wie kann denn KI da helfen? Die KI analysiert den gesamten Lebenszyklus eines Kleidungsstücks. Aha. Von der Herstellung der Rohstoffe über die Produktion. Ja. Bis hin zum Recycling. Und so können wir dann umweltschädliche Prozesse identifizieren und verbessern. Das heißt, KI könnte uns helfen, die Umweltbelastung der Modeindustrie zu reduzieren. Genau. Hoffentlich kommt diese Technologie bald zum Einsatz. Denn wir alle wissen ja, wie belastend die Modeindustrie für unseren Planeten ist. Ja. Aber im Text stehen noch weitere spannende Anwendungsfälle. Zum Beispiel Qualitätscontroller. Oh ja. Kennst du das? Du kaufst ein neues Kleidungsstück und dann entdeckst du einen Webfiller. Oder eine lose Naht. Klar. Ärgerlich. Total. Das kann mit KI bald der Vergangenheit angehören. Echt? Ja. KI-Systeme können in Echtzeit Fehler in Textilien erkennen. Noch während der Produktion. So werden fehlerhafte Stücke aussortiert. Oh. Bevor sie überhaupt in den Laden kommen. Wow. Weniger Fuß für die Kunden und weniger Verschwendung für die Unternehmen. Eine Win-Win-Situation. Absolut. Aber wer kontrolliert eigentlich die KI? Na, die KI arbeitet natürlich nicht alleine. Sie wird von Menschen trainiert und überwacht. Es braucht immer noch Experten, die die Ergebnisse der KI überprüfen und Entscheidungen treffen. Das macht Sinn. Okay. Jetzt wird es aber richtig fügeristisch. Personalisierte Mode und virtuelle Anproben. Ah. Heißt das, wir können bald unsere Kleidung am Computer designen und dann virtuell anprobieren. So in etwa. Ja. KI kann deine Körpermaße analysieren, deinen Stil, deine Vorlieben und dir dann Kleidungsstücke empfehlen, die perfekt zu dir passen. Virtuelle Anproben werden auch immer realistischer. Du kannst also digital verschiedene Outfits anprobieren, bevor du etwas kaufst. Das klingt super praktisch. Aber was ist mit dem Spaß am Shoppen? Geht der dann verloren? Das glaube ich nicht. Virtuelle Anproben können den Einkauf ja sogar noch spannender machen. Du kannst viel mehr Kleidungsstücke in kürzerer Zeit anprobieren und neue Stile entdecken. Und wenn du dann etwas gefunden hast, das dir wirklich gefällt, kannst du es ja immer noch im Laden anprobieren und kaufen. Stimmt. Das Beste aus beiden Welten. Aber eine Frage habe ich noch. Wie wirkt sich KI auf die Preise aus? Wird Kleidung durch den Einsatz von KI teurer oder günstiger? Das ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite kann KI die Produktion effizienter machen und damit günstiger. Auf der anderen Seite könnten personalisierte Kleidungsstücke und Exclusive Designs auch zu höheren Preisen führen. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich das in Zukunft entwickelt. Absolut. Was wir aber festhalten können, KI wird die Modi-Industrie in den nächsten Jahren Grundwegen verändern. Ja. Vom Design über die Produktion bis hin zum Einkauf, alles wird smarter, effizienter und vielleicht auch nachhaltiger. Hoffentlich. Was denken Sie, ob die Zukunft noch bringen wird? Puh. Das ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber ich bin mir sicher, KI wird eine immer wichtigere Rolle in der Mode spielen. Vielleicht entwerfen wir unsere Kleidung bald gemeinsam mit KI-Systemen, die unsere individuellen Wünsche und Bedürfnisse perfekt umsetzen können. Eine spannende Vorstellung. Und was denkst du, UN? Wärst du bereit, deine Style-Entscheidungen an eine KI abzugeben? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir viel Spaß beim Nachdenken über die Zukunft der Mode. Tschüss.